Der Artikel beinhaltet eine ausführliche Darstellung der slowakischen Fußball-Nationalmannschaft bei Europameisterschaften und den Qualifikationen. Dazu, die Slowakei konnte sich im Oktober 2015 erstmals für die 2016 in Frankreich stattfindende EM-Endrunde qualifizieren, während sich Tschechien seit der Aufspaltung der Tschechoslowakei immer qualifizieren konnte. Auf dem Gebiet der heutigen Slowakei geborene Spieler stellten von 1960 bis 1976 einen bedeutenden Anteil der tschechoslowakischen Mannschaft und trugen maßgeblich zum Erfolg bei. So erzielte Ladislav Jukimik im Spiel um Platz 3 bei der EM 1980 DK Sekunden letzte Tor für die tschechoslowakische Mannschaft bei einer Europameisterschaft. Übersicht Das erste große Fußballturnier, an dem die slowakische Nationalmannschaft nach der Aufspaltung der Tschechoslowakei teilnehmen wollte, war die EM 1996 in England. Trainiert wurden sie seit 1993 von Joseph Wenglos, der zuvor bereits mehrmals die Tschechoslowakei trainiert hatte. In der Qualifikation trafen sie auf Rumänien, Frankreich, Polen, Israel und Aserbaidschan, von denen wie die Slowaken auch die Aserbaidschaner und Israelis erstmals an der Qualifikation teilnahmen. Die Slowaken starteten mit einem 0 zu 0 gegen Frankreich und einem 2 zu 2 nach 2 zu 0 Führung in Israel, bei dem Stefan Rusnad das erste Qualifikationsdorf für die Slowakei erzielte. Nach einer 2 zu 3 Niederlage gegen Rumänien konnte mit einem 4 zu 1 gegen Aserbaidschan der erste Qualifikationssieg erspielt werden. Mit zwei hohen Niederlagen in Frankreich und Polen wurde dann die Qualifikation verspielt, denn am Ende fehlten genau 6 Punkte, um Platz 2 zu erreichen. Damit endete die Amtszeit von Wenglos, sein Nachfolger wurde Joseph Jankech, dem es aber nicht mehr gelang, das Ruder herumzureißen. Rumänien, das durch ein 2 zu 0 in der Slowakei am letzten Spieltag Gruppensieger wurde, und Frankreich als 6 bester Gruppenzweiter fuhren zur EM-Endrunde. In die Qualifikation für die EM 2000 gingen die Slowaken noch mit Jankech als Nationaltrainer und wieder war Rumänien einer der Qualifikationsgegner. Zudem trafen sie auf Portugal, Ungarn, wieder Aserbaidschan und Lichtenstein. Die Slowaken starteten mit zwei ungefährdeten Siegen gegen Aserbaidschan und in Lichtenstein, konnten dann aber in vier Spielen kein Tor erzielen, wovon sie zwei verloren, darunter das erste mit 0 zu 3 gegen Portugal, woraufhin die Amtszeit von Jankech endete. Den Posten übernahm zunächst für ein Spiel Duschan Radolski, dann sollte Duschan Galis Nationaltrainer werden, der den Posten aber nur behalten wollte, wenn František Laurinek nicht Verbandspräsident würde. Da dieser gewählt wurde, trat er zurück und Joseph Adamek übernahm den Posten, konnte die Leistungen der Mannschaft aber zunächst nicht verbessern. Zwar wurde nach den vier Spielen ohne Torerfolg mit 1 zu 0 in Ungarn gewonnen, aber das anschließende Heimspiel gegen Rumänien mit 1 zu 5 verloren. Damit war die Qualifikation verpasst, woran auch die beiden letzten Siege gegen Aserbaidschan und Lichtenstein nichts mehr änderten. Adamek blieb zunächst im Amt, verpasste dann aber auch die Qualifikation für die WM 2002. Nach der verfehlten Qualifikation für die Fußball-WM 2002 hatte Ladislav Jukimik das Amt des Nationaltrainers übernommen. Gruppengegner in der Qualifikation waren England, die Türkei, Mazedonien und wieder Lichtenstein. Die Slowaken begannen mit Niederlagen in der Türkei und gegen England, worauf Siege in Mazedonien und gegen Lichtenstein folgten. Mit knappen Niederlagen gegen die Türkei und England wurde dann die Qualifikation vergeben und wieder nur der dritte Platz belegt. Damit endete die Amtszeit von Jukimik und Dusan Gales übernahm das Amt, obwohl Frantesec Laurinek weiterhin Verbandspräsident war. Ihm gelang es aber nicht, die Slowaken zur WM 2006 zu führen, wobei sie erst in den Playoffs der Gruppen 2. an Spanien scheiterten. In der Qualifikation zur Europameisterschaft 2008 traf die nun von Jan Koschen trainierte Slowakei auf Tschechien, Deutschland, Irland, Wales, Zypern und San Marino. Die Slowaken konnten nur beide Spiele gegen Zypern und San Marino sowie in Wales gewinnen und gegen Irland ein Römi erreichen. Alle anderen Spiele wurden verloren, sodass diesmal nur der vierte Platz heraussprang. Gruppensieger Tschechien und Deutschland als Gruppenzweiter erreichten die Endrunde der EM. Koschen blieb zunächst im Amt, da aber Anfang 2008 drei Freundschaftsspiele verloren wurden, trennte sich der slowakische Verband von ihm. Sein Nachfolger wurde Wladimir Weiß, dem es gelang, die Slowaken zur WM 2010 zu führen, wo sie in der Gruppenphase Titelverteidiger Italien ausschalteten, im Achtelfinale aber gegen den späteren Wiese-Weltmeister Niederlande verloren. Nach der erfolgreichen WM-Qualifikation hatten die Slowaken auch die Hoffnung sich erstmals für die EM-Endrunde zu qualifizieren. In einer Gruppe mit Russland, Irland, Armenien, Mazedonien und Andorra wurde aber nur der vierte Platz belegt. Dabei hatten die Slowaken zum Auftakt nach einem 1 zu 0 gegen Mazedonien auch in Russland mit 1 zu 0 gewonnen, verloren dann aber in Armenien mit 1 zu 3. In den folgenden Spielen wurde auch nie mehr als ein Tor erzielt und selbst gegen Andorra reichte es nur zu. Knappen 1 zu 0 siegen, Weiß, der seit August 2011 auch den slowakischen Meister SK Slovan Bratislava trainierte, trat am 30. Januar 2012 als Nationaltrainer zum 31. Januar zurück. Ihm folgte Stanislav Grieger, der aber in der Qualifikation für die WM 2014 keinen Erfolg hatte. EM 2016-2016 wird die Endrunde erstmals mit 16 Mannschaften ausgetragen. Bei der am 23. Februar 2014 durchgeführten Auslosung der Qualifikationsgruppen waren die Slowaken in Topf 3. Für die Qualifikation wurden die Slowaken, die seit Juli 2013 von Jan Kurzak trainiert werden, in die Gruppe mit Titelverteidiger Spanien, der Ukraine, Weißrussland, Luxemburg und wieder Mazedonien gelost. Nach einem 1 zu 0 auf Takt Sieg in der Ukraine wurde mit dem 2 zu 1 im Heimspiel gegen den Titelverteidiger ein erstes Ausrufungszeichen gesetzt. Da auch die folgenden vier Spiele gewonnen wurden, führten die Slowaken nach sechs Spielen die Tabelle ohne Punktverlust an. Dann wurde aber in Spanien verloren, im Heimspiel gegen die Ukraine nur ein 0 zu 0 erreicht und auch das Heimspiel gegen Weißrussland verloren, worauf die Qualifikation wieder gefährdet war. Am letzten Spieltag wurde aber mit einem 4 zu 2 in Luxemburg nach 3 zu 0 Führung der zweite Platz gefestigt, zumal die Ukraine ihr Heimspiel gegen Spanien verlor. Damit war die Slowakei erstmals für die Endrunde qualifiziert. Da sich auch Tschechien wieder für die Endrunde qualifizierte, nehmen erstmals bei den Nachfolgestaaten der Tschechoslowakei an einem großen Turnier teil. Zuvor gelang immer nur einer von beiden oder keiner die Qualifikation. Für die Auslosung der Endrundengruppen war die Slowakei in Topf 3 gesetzt. Da sich die Ukraine in den Playoffs der Gruppendritten gegen Slowenien durchsetzte, kam auch Tschechien in Topf 3, so dass beide in der Gruppenphase nicht aufeinander treffen können. Die Slowakei wurde der Gruppe mit England und Russland sowie Wales zugelost, gegen das die Slowaken ihr erstes EM-Spiel verloren. Gegen Russland gelang anschließend der erste Sieg bei einer EM-Endrunde. Durch ein 0 zu 0 gegen England zogen die Slowaken als bester Gruppendritter ins Achtelfinale, wo sie auf Weltmeister Deutschland treffen, gegen den sie bei einem Testspiel kurz vor der EM mit 3 zu 1 gewonnen hatten. Das aber von teilweise schlechten Platzverhältnissen nach einem Unwetter beeinträchtigt war. Das Achtelfinale verlief dann anders als das Testspiel. Die deutsche Mannschaft dominierte von Beginn an und ging früh in Führung, konnte aber anschließend einen Foul-Elfmeter nicht nutzen, um die Führung auszubauen. Die Slowaken kamen erst kurz vor der Halbzeitpause zu ihrer ersten Torchance, die nicht genutzt wurde und nach der Prompt das 0 zu 2 fiel. In der zweiten Halbzeit konnten die Slowaken das Spiel zwar etwas offener gestalten und bekamen einige Freistöße in aussichtsreicher Position, die aber das Tor verfehlten. Nach dem 0 zu 3 waren beide Mannschaften nicht mehr intensiv um eine Ergebnisverbesserung bemüht. So schieden die Slowaken wie bei ihrer ersten WM-Teilnahme 2010 im Achtelfinale aus, konnten diesmal den amtierenden Weltmeister aber nicht ausschalten. Slowakische Spieler mit den meisten Einsätzen bei Europameisterschaften Anmerkung Kursiv gesetzte Spieler spielten für die Tschechoslowakei-Spieler mit den meisten Toren bei Europameisterschaften Anmerkung mit Sternchen markierte Spieler für die Tschechoslowakei-Anteil der im Ausland spielenden Spieler im EM-Kader. Alle in den tschechoslowakischen Kadern stehenden Slowaken spielten in der Tschechoslowakei. Stand Spiele Gegen diese Länder gab es die höchsten Siege beim EM-Turnier Russland 2016 Vorrunde 2 zu 1 Von Kursiv 2001 U 2 Vielen Dank.